Ich habe einmal jede einzelne Zutat miteinander kombiniert und aus über 2700 Rezepten die besten 36 Stück rausgesucht. Was die hier wären. Ich muss nur kurz gucken, wie ich die alle auf einmal auf dem Bildschirm bekomme. Das sind ja mittlerweile schon echt viele geworden. Aber jeder dieser hier aufgelisteten Foodpals ist von mir zusammengekocht worden, um einen spezifischen Wert maximal zu erhöhen. Ich möchte hier aber einmal den Sakrotan Disclaimer benutzen. Ich bin mir nur zu 99,9% sicher, dass das auch die besten Foodpals sind. Bei so einer Menge an Rezepten kann man schon mal was übersehen. Aber letztendlich, was ich übersehen habe, sollte das keinen großen Unterschied machen, höchstens von 1 oder 2%. Solltet ihr also eine bessere Version für einen Foodpals kennen, schreibt sie mir gerne in die Kommentare und ich werde es anpitten. Aber damit werden die meisten schon alles gesehen haben, was sie wissen wollten. Also, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte helfen. Aber das Video geht natürlich noch weiter. Denn ich werde nochmal die ganzen Foodpals erklären, sagen, woher man die Zutaten bekommt, kurz auf die Skills eingehen, die beste Ausrüstung zum Angeln zeigen und auch nochmal auf Tränke, sowie die richtige Reihenfolge beim Essen eingehen. Wenn euch also noch etwas davon interessiert, könnt ihr ganz einfach mit den Timestamps zum für euch interessanten Zeitpunkt im Video skippen oder einfach weiter gucken. Also, viel Spaß. Als erstes möchte ich kurz die Grundlagen des Kochhunds erklären. Ihr könnt immer genau zwei Sachen miteinander kombinieren, wobei das Endprodukt dann immer die besten Werte der zwei Zutaten haben wird. Nehmen wir hier als Beispiel Anfassnass und Pengpaya. Kombinieren wir jetzt zwei Pengpayas, bekommen wir ein Essen, das den Verkaufsschaden um 40% erhöht. Und kombinieren wir jetzt zwei Anfassnasse, Anfassnässe, naja, was auch immer die Mehrzahl davon ist, miteinander, bekommen wir ein Essen, das den Nahkampfschaden um 40% erhöht. Kombinieren wir jetzt aber einen Anfassnass mit einer Pengpaya, bekommen wir auf einmal ein Essen, das 40% Nah- und Fernkampfschaden gibt. Und so ist das mit allen Zutaten. Es macht also immer Sinn, zwei unterschiedliche Sachen miteinander zu verbinden. Aber eine der beiden Zutaten muss immer eine goldene Pflanze sein. Denn nur so erhalten wir seltenes Essen. Das könnt ihr hier am blauen Rand erkennen. Wenn wir jetzt als Beispiel nur zwei grüne Fische miteinander kombinieren, wird das Essen auch nur grün. Aber auch wenn wir einen lilanen und einen blauen Fisch miteinander kombinieren, wird das Essen nur grün. Hier nochmal als Beispiel. Wir nehmen jetzt den grünen Fisch und die goldene Pflanze und zack, schon ist das Essen selten. Seltenes Essen ist nicht nur stärker, sondern hat auch noch die Chance, episches Essen zu werden. Das wiederum nochmal stärker ist. Dazu aber mehr, wenn wir über die Skills reden. Wenn wir jetzt mit diesem Wissen wieder auf meine Foodbox gucken, könnt ihr schon erkennen, dass hier ziemlich viele Pofungi verwendet worden sind. Was natürlich ziemlich ineffizient ist. Aber ich habe das extra fürs Video gemacht. Damit die Thronen übersichtlicher sind und nicht alle Statuswerte überall verteilt sind. Die Thronen sind nämlich so aufgebaut. In der obersten Reihe sind die Zutaten, die den Haupteffekt bestimmen. Als Beispiel. Der Berühlwinkelfisch ist der Grund, warum dieses Essen maximale Gesundheit gibt. Und der Jaspiswinkelfisch sorgt dafür, dass das Essen so viel Rüstung gibt. Die zweite Reihe habe ich einfach nur mit goldenen Pflanzen gefüllt, damit das erhaltene Essen selten oder halt auch epischer wird. Das heißt also, dass sie sind nur Beispiele, die ich zur besseren Übersicht erstellt habe. Ihr könnt ihr ohne Bedenken jede goldene Pflanze in der zweiten Reihe durch eine andere goldene Pflanze ersetzen. Und ihr bekommt trotzdem noch den gleichen Effekt. Hier nochmal ein Beispiel. Tauschen wir diesen Pofungus gegen einen Anfassnass, hält der Buff seine 204 maximale Gesundheit und bekommt um 3 noch die 40% Nachkampfschaden durch die Anfassnass. Er verliert allerdings auch den Vorteil von Pofungus. Mit dem Wissen könnt ihr also eure eigenen, individuell, auf euer Campset angepasstes Food Buff erstellen. Wenn ihr nicht genau wisst, welche Zutat welchen Basis-Buff gibt, seht ihr hier im Hintergrund einmal eine Liste durchlaufen, die ich von der Korki beim Wiki geklaut habe. Der Link zu der Liste ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Allerdings habe ich die Seite für euch ins Deutsche übersetzt. Also nicht wundern, dass euch der Link auf eine englische Seite bringt. Okay, das war ziemlich viel theoretisches Gelaber. Aber ich hoffe, ich konnte das alles verständlich erklären. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt über jeden einzelnen Food Buff, den ich gerade gezeigt habe. Ich werde kurz erklären, was er macht und euch immer alle nötigen Informationen zu den Zutaten hierbei einblenden. Wenn euch was interessiert, pausiert gerne das Video und guckt es euch genauer an. Und dann haben wir los. Als erstes haben wir hier den Schimmelhai in Kombination mit dem goldenen Porfungus. Was uns einen Schimmelkäse gibt, der den Nahkopfschaden um 57,9% erhöht. Danach haben wir den grauen Dünen-Schwanz in Kombination mit dem Porfungus, was die Nahkopf-Angriffsgeschwindigkeit um 20,8% erhöht. Dann die goldenen Vengpaya in Kombination mit dem goldenen Satapha. Er gibt ein Müsli, was den Fernkopfschaden um 48,6% erhöht. Und wenn wir jetzt den braunen Dünen-Schwanz mit der Vengpaya kombinieren, dann gibt es ein Essen, das die Fernkopf-Angriffsgeschwindigkeit um 20,8% erhöht. Dann haben wir den älter Drachenfisch in Kombination mit Porfungus, was uns 21% mehr kritische Treffer-Chance gibt. Und der grüne Drachenfisch in Kombination mit Porfungus gibt uns 62% mehr kritischen Treffer-Schaden. Dann haben wir den goldenen Porfungus in Kombination mit dem Satapha, das einmal den Schaden, den wir durch Bosse erleiden, um 16% verringert und auch zusätzlich den Schaden, den wir gegen Bosse machen, nochmal um 24% erhöht. Danach haben wir den Tornis-Königsfisch in Kombination mit dem Porfungus, der uns den universellen Schaden einmal um 75,6% erhöht. Auf jeden Fall einer der stärksten Footballs. Wenn diese Schadenzerhöhung für alles zählt. Für Nahkampf, für Fernkampf, für Magie, für unsere Minions. Also ein Essen, was man eigentlich immer haben will, egal welches Set man spielt. Und wo wir auch gerade schon mal bei Magie-Schaden sind, kombinieren wir jetzt goldenen Sonnenreis mit Porfungus, erhalten wir einen Schimmelkäse, der uns 74,7% mehr Magie-Schaden gibt und außerdem noch 85 magische Barriere. Als nächstes haben wir den Lito-Trilobyte, nicht ganz sicher, wie man den ausspricht, in Kombination mit dem goldenen Porfungus. Und der sorgt dafür, dass wir 104 mehr Max-Mana haben. Dann gehen wir mal rüber zur nächsten Tour. Und hier haben wir den Seeghund-Sucher in Verbindung mit dem Porfungus und der gibt uns Mana-Regeneration, und zwar 4,2 Mana pro Sekunde. Was ziemlich wenig ist, finde ich. Aber ich konnte auch nichts Besseres finden. Solltet ihr da irgendeinen besseren Food-Buff haben, schreibt mir gerne in die Kommentare, aber ich glaube, momentan gibt es nichts Besseres. Der nächste Food-Buff besteht aus dem Pinkhorn-Pico, in Kombination mit dem goldenen Lunar-Corn. Was uns auch wieder zwei Effekte gibt. Einmal wird unser Unterling-Schaden um 78,2% erhöht und auch die Angriffsgeschwindigkeit von unseren Unterlingen wird um 82,8% erhöht. Also, wenn ihr irgendwas mit Unterlingen vorhabt, ist das euer Food-Buff, den ihr braucht. Und passend dazu gibt es noch den Grünhorn-Pico, in Kombination mit dem Lunar-Corn, was nochmal die kritische Treffer-Chance von unseren Minions um 18% erhöht. Danach gibt es hier die kosmische Gestalt, in Verbindung mit dem Pufungus, was den Schaden von unseren Haustieren um 46,4% erhöht. Dann kommen wir jetzt mal zu ein bisschen Regenerations-Essen. Wir haben hier die Sternlichen-Autilus, in Kombination mit dem Pufungus, die uns 30,5 Gesundheit pro Sekunde gibt. Als nächstes haben wir das Atlantische Wurmherz, in Kombination mit dem goldenen Pufungus, was uns einen Food-Buff gibt, der uns selber 30 Gesundheit pro Sekunde gibt und auch allen Verbündeten in der Nähe. Was für Mehrspieler auf jeden Fall ziemlich stark ist. Passend dazu können wir jetzt auch das Dodo-Ei mit dem Pufungus verbinden und halten somit ein Essen, der jene erhaltenen Regenerations-Buff nochmal um 38% verstärkt. Also, die drei Dinger hier sind eine ziemlich gute Kombination. Dann haben wir den Berühl-Winkelfisch in Kombination mit dem Pufungus, was uns 204 maximale Gesundheit gibt. Dann haben wir den Jaspis-Winkelfisch mit dem Pufungus, was uns 68 Rüstung gibt. Dann den Steinstachelrücken mit Pufungus, was unseren Dorn-Chan um 75 Punkte erhöht. Dann haben wir den Glitzernden-Tiefen-Diger mit dem Pufungus, was uns 20%ige Ausweich-Chance gibt. Und wenn wir nach der Kiste weitergehen, haben wir hier den dunklen Lava-Fresser in Verbindung mit dem Pufungus, was uns 10 Lehmbein-Naggauftreffern gibt. Dann haben wir den Automaten. Dort können wir uns in 95 Münzen einen trockenen Tentake kaufen, der unsere Chance auf Zurückschlangen um 34% erhöht. Dann gibt es noch den Geistschleier in Verbindung mit dem Pufungus, der uns 54,3% mehr Bewegungsgeschwindigkeit gibt. Die Leuchttulpe in Verbindung mit dem Pufungus gibt uns 10 blaues Leuchten. Der Terra Trilobyte in Verbindung mit dem Pufungus gibt uns 516 mehr Bergbauscharen, was ganz schön ordentlich ist. Passend dazu, der weiße Korrelottel mit dem Pufungus geben uns nochmal 22,2 mehr Bergbaugeschwindigkeit. Und die Astralqualle in Verbindung mit dem Pufungus gibt nochmal 94 mehr Angelkraft. Und der Rest der Foodbass hier sind nur noch Immunitäten. Der gelbe Blasenfisch gibt uns Immunität gegen Verlangsamung durch Schleimen. Der grüne Blasenfisch gibt uns Immunität gegen Säurescharen. Der Fäulnisfisch gibt uns Immunität gegen die Schimmelinfektion. Und der Älderdrachenfisch genauso wie der grüne Drachenfisch gibt uns Immunität gegen Feuerscharen. Ich habe hier die Sachen nur für die Übersicht getrennt. Ihr könnt auch einfach den Gelblasenfisch mit dem Grünblasenfisch kombinieren und habt somit ein Essen, was Immunität gegen Säure und Schleim gibt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Fäulnisfisch und den Älderdrachenfisch. Und hier ist es auch egal, ob die Variante selten normal oder episch ist, weil mehr als Immunität geht ja nicht. Also könnt ihr hier einfach die Sachen kombinieren, wie ihr wollt. Gut, jetzt wollen wir aber wissen, was das beste Essen ist und wo man die Zutaten dafür herbekommt, gibt es eigentlich nur noch ein Problem. Und das wäre, dass Angeln super nervig ist. Ja, zumindest meiner Meinung nach. Also würde ich euch empfehlen, so ein Ausrüstungsset zu erstellen. Wo ihr das herbekommt, das seht ihr gerade eingeblendet. Diese Ausrüstung hat nämlich den großen Vorteil, dass man durch den Fünfer-Set-Effekt eine 29-prozentige Chance auf doppelte Fische bekommt. Durch den Köder nochmal weitere 11% und dann durch den Seeternknödel nochmal 15 weitere Prozent umdrauf. Was dann insgesamt eine Wahrscheinlichkeit von 55% macht, zwei Fische auf einmal zu angeln. Was das Angeln natürlich ziemlich beschleunigt. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, den klebrigen Köder gegen den violetten Köder auszutauschen. Zum Beispiel, wenn ihr lieber seltenere Fische angeln wollt. Allerdings habe ich persönlich immer den klebrigen Köder ausgerüstet. Ich fände ihn einfach am besten. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr auf die Fischeausrüstung angelt. Benutzt am besten diese Items. Die erhöhen die Chance, wertvolle Gegenstände zu angeln und können euch so eine Menge Zeit sparen. Und wenn wir gerade schon beim Thema Zeitsparen sind, ihr solltet beim Ernten eurer Pflanzen das Pharma-Set tragen und auch die Seeternknödel essen. Damit, und wenn ihr im Gärtner-Skillbaum schon Level 100 seid, habt ihr eine 163,3%-ige Chance auf mehr Pflanzen. Was eine ganze Menge ist. Ich weiß nicht genau, wie das berechnet wird, aber um das mal zu demonstrieren, werde ich mal 23 Pflanzen abbauen und gucken, wie viel ich am Ende tatsächlich herausbekomme. Joa, 69 Stück. Einfach das Dreifache. Also eine Menge mehr, als ich ohne diese Ausrüstung bekommen hätte. Man bekommt glaube ich nicht immer die dreifache Menge, aber wie auch immer die Rechnung jetzt genau funktioniert, das lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt ist es aber mal an der Zeit, über die benötigten Skills zu reden. Und wenn wir gerade schon mal beim Thema Pflanzen sind, fangen wir auch direkt mit dem Gärtner-Skillbaum an. Hier gibt es eigentlich nur zwei wichtige Sachen zu sagen. Erstens, seit man ihn auf Level 100 hat, hat man eine 40%-ige Chance, zwei Pflanzen auf einmal zu ernten, was, wie wir gerade gesehen haben, schon ziemlich stark ist. Und zweitens, der Skill Garten-Experte. Der ist einem erlaubt, die goldenen Pflanzen anzubauen. Den sollte man so schnell das Geld freischalten, da so ziemlich jedes starke Buff-Essen auf den goldenen Pflanzen aufbaut. Dann gehen wir aber auch direkt weiter zum Angelskillbaum. Dort gibt es ganz unten den Skill, die Kraft von Omega-3. Der sorgt dafür, dass Essen, das mit Fischen gekocht worden ist, immer den extra Effekt 15% mehr Schaden gegen Bosse bekommt. Was wir auch hier in der Beschreibung sehen können. Und 15% mehr Schaden for free nimmt man natürlich gerne mit. Und zu guter Letzt kommen wir noch zum Kochen-Skillbaum. Wenn wir den auf Level 100 haben und über ihn mit der Maus hauern, sehen wir schon 20%-ige Chance auf zusätzliches gekochtes Essen. Das ist einfach nur, dass wir im Schnitt für alle 5 Gerichte eins extra oben drauf bekommen. Kochen wir also als Beispiel 100 Gerichte und nehmen sie einfach aus dem Ofen, bekommen wir als statt 100 Gerichte 120 Gerichte. Was sich natürlich mit der Zeit ziemlich rentiert, da wir so gesehen somit schon 20 Fische gespart haben. Und wir wissen ja, alles was die Angelzeit minimiert, ist gut. Sehr gut. Aber hier hört es noch nicht auf. Gucken wir jetzt im Skillbaum den Skill Meisterkoch an, erkennen wir auch schon, woher wir das epische Essen bekommen. Hier steht nämlich, 25%-ige Chance, dass zusätzliches, durch Kochen erhaltenes Essen selten ist. Das zusätzlich erhaltene Essen zählt nur zum Beispiel die 20 Gerichte, die wir extra bekommen haben. Und jedes dieser 20 extra erhaltenen Gerichte hat mit diesem Skill nochmal eine 25%-ige Chance, ein Level in der Seltenheit aufzusteigen. Das heißt, im Schnitt wird jedes vierte Gericht episch, was bei unseren 20 Stück dann genau 5 epische Varianten wären. Ich weiß, das ist etwas verwirrend, aber ich kann das ja hier nochmal demonstrieren. Wir haben in diesem Kochtopf 1800 fertige Gerichte. Und wenn ich die jetzt rausnehme, könnt ihr unten links im Chat schon sehen, dass wir einige Gerichte extra bekommen haben. Und zwar insgesamt 373 Stück, wovon auch 78 episch geworden sind. Und genau so erhaltet ihr eure epischen Food Buffs, die mit Abstand am stärksten sind. Hier einmal der Vergleich zwischen der normalen, der seltenen und der epischen Variante. Ihr seht, das ist ein Unterschied von fast 25% im Schaden. Also eine ordentliche Menge. Damit sind die Skills aber auch abgehakt und wir können zu den Tränken kommen. Hier seht ihr einmal jeden Trank, den es gibt. Und als erstes werde ich kurz einmal den Effekt von jedem Trank vorlesen und auch wieder einblenden, wo man den Trank herbekommt. Als erstes haben wir hier den einfachen Heiltrank. Der einfach nur 30% der Gesundheit wiederherstellt. Direkt daneben haben wir den großen Heiltrank, der 40% der Gesundheit wiederherstellt. Dann haben wir den Grottenkaffee, der die Bewegungsgeschwindigkeit um 23,1% erhöht. Den Giftheiltrank, der einfach jeglichen Gift-Debuff sofort entfernt. Den Fokustrank, der den Fernkampfschaden um 30% erhöht. Die destillierte Liebe, die 2,1 Gesundheit pro Sekunde gibt. Den Wächtertrank, der den Schaden, den man durch Bosse erhält, um 12% verringert. Den Trank Pack der Macht, der den Unterlingsschaden um 30% erhöht. Der Zorntrank, der den Nahkampfschaden um 30% erhöht. Den Heißen Punsch, der die Nahkampf- sowie die Fernkauf- Angriffsgeschwindigkeit um 7,6% erhöht. Den Arcanentrank, der die Magieschaden um 30% erhöht. Den Steinhauttrank, der die Rüstung um 34 Punkte erhöht. Die Wiesemirch, die die Rüstung nochmal um 23,5% erhöht. Den ungewöhnlichen Trank, mit dem man 40% mehr Schaden macht, aber auch 40% mehr Schaden erleidet. Die Herzbeeren-Soda, die 50,4 Gesundheit für jede Sekunde gibt. Und das Kristallwasser, das die kritische Traverschance um 11% erhöht. letzten Thema für dieses Video bringt. Die Buff-Reihenfolge. Leider ist es in Callkeeper so, dass man seine bereits aktiven Buffs überschreiben kann. Auch wenn der neue Buff schlechter ist, als der, der schon aktiv ist. Ich habe auch keine Ahnung, was das soll. Das macht einfach alles nur unnötig komplizierter. Hier einmal ein Beispiel. Ich esse gleich mein Müsli, das mir 70,4 Gesundheit pro Sekunde gibt. Und danach mein Schimmelkäse, der mir eigentlich nur Lifestyle geben soll. Allerdings gibt dieser Schimmelkäse auch 9,9 Leben die Sekunde. Und wenn ich jetzt das Müsli esse, könnt ihr sehen, ich habe 17,4 Leben die Sekunde. Und weil ich den Käse hinterher esse, nur noch 9,9 Leben die Sekunde. Ihr müsst eure Buffs also unbedingt gerechtlich sortieren und darauf achten, nicht auszusehen, eure Buffs zu überschreiben. Das sind die ganzen Kochvorbereitungen einfach umsonst gewesen. Und auch wenn dieses Feature meiner Meinung nach ziemlich dumm ist, könnte ich es ja noch irgendwo akzeptieren, wenn das Spiel damit wenigstens konsequent wäre. Aber nein, manche Sachen überschreiben vorhandene Buffs und andere Sachen stacken einfach übereinander. Was man aber auch wirklich nur merkt, wenn man extra ganz genau darauf achtet. Also nochmal zurück zu den Tränken. Früher konnte man alle Tränke komplett in die Tonne kloppen, da sie immer die Foodbuff-Effekte überschrieben haben. Und da die Tränke generell schlechtere Buffs geben als das Essen, waren sie somit eigentlich komplett nutzlos. Das wurde mittlerweile aber angepasst. Zumindest teilweise. Ich habe einmal jeden Trank in Verbindung mit Foodbuffs getestet und die Tränke auf der linken Seite funktionieren dann alle einwandfrei. Ihr könnt sie also ganz beruhigt zu jeder Zeit trinken und der Trank-Effekt überschreiten nichts, sondern wird als extra Buff zusätzlich berechnet. Hier ein kleines Beispiel. Wir essen den Foodbuff für Nachkampfschaden und danach trinken wir den Trank für Nachkampfschaden. Und ihr könnt sehen, das sind zwei unterschiedliche Buff-Effekte. Ich habe das auch nachgerechnet und beide Effekte werden richtig zu eurem Schaden addiert. Die Tränke auf der rechten Seite allerdings sind komplett nutzlos, da sie vorhandene Buffs einfach überschreiben. Hier eine kleine Demonstration. Ich esse einen Foodbuff für 63% mehr Schaden und trinke danach den Trank für 40% mehr Schaden. Und wie ihr schon sehen könnt, wurden die 63% mit 40% überschrieben. Und bei den anderen beiden Tränken ist das leider genau das gleiche. Also die drei Tränke auf der rechten Seite komplett nutzlos. Okay, das war's aber. Jetzt seid ihr Meisterküche und könnt euch problemlos jeden Buffs zusammenkochen, den ihr gerade benötigt. Ich habe auch eine kleine Excel-Tabelle erstellt, die ich nochmal auf meinem Discord-Server hochladen werde. Da könnt ihr bei Bedarf nochmal ein paar Sachen nachschlagen. Der Link zum Discord ist auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe aber, euch hat das Video gefallen und ihr konntet was Brauchbares lernen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen oder Feedback habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video.